Tadakasana, die Stellung des Schwimmbads oder auch die Teichstellung. Vishnu Brema zeigt, wie es geht. Lege dich auf den Rücken und strecke die Beine aus. Strecke die Arme nach hinten aus und gib die Zehen nach vorne. Du kannst dabei die Hände verhaken. Der Grund, weshalb diese Stellung als Schwimmbadstellung bezeichnet wird, ist, dass du auf diese Weise toter Mann oder tote Frau schwimmend im Schwimmbad machen kannst. Fortgeschrittene Yogis könnten das auch machen, indem sie letztlich im Lotus sind und dann die Hände hinter dem Kopf halten. Aber diese Stellung heißt Tadakasana. Der vom Sanskrit her ist nicht ganz klar, wo es herkommt. Tadaka heißt jedenfalls nicht Schwimmbad, heißt auch nicht Teich, sondern der deutsche Name bezieht sich mehr darauf, weil man so toter Mann, toter Frau im Schwimmen machen kann. Tadaka heißt zum einen auch Palmyra, Palme, aber die wäre nicht im Liegen. Tadaka ist auch eine Kürbisart. Vielleicht, weil dort auf dem Boden liegend ist, ist ja eine Schlingpflanze auf dem Boden. Tadaka ist auch der Name einer Dämonin, die von Rama getötet wurde. So könnte man auch sagen, die Stellung der toten Dämonen. In jedem Fall ist es eine wunderbare Stellung, um Schultern flexibel zu machen, ist gleichzeitig Entspannung und aufladend. Tadakasana übst du typischerweise von selbst. Wenn du aus einer tiefen Entspannung rauskommst, dann gibst du erst die Arme nach hinten, streckst dich aus. Du könntest auch ein paar Sekunden so liegen bleiben erst, bevor du dann ein Knie beugst und dich dann unter Zuhilfenahmen des Knies aufrichtest. Soweit zu Tadakasana. Alles zu Tadakasana und anderen Asanas findest du auf unserem Internet-Website wiki.yoga-vidya.de und auf www.yoga-vidya.de findest du auch Seminare und Ausbildungen, die unter anderem auch von Vishnu Prema geleitet werden.